So, wir gehen jetzt auf die Wasserrutsche. Papa, aber ich möchte alleine. Das ist die Wasserrutsche. Ist sie gleich unten? So, sie hat noch bis der Erziehungsberechtigte kommt. Da ist er. Und jetzt gehen wir ins Wasser. So, das war ich in der Wasser. Jetzt gehen wir gleich nochmal. Hier taucht, ich schwimm. So, das ist schnell. Lecker!